So Leute, herzlich willkommen zurück. Wir gehen nun wieder in den Krieg. Ja, auf in den Kampf, auf in den Kampf. Ich bin gerade ganz letzt irgendwie so leicht verwirrt, denn ich bin eigentlich mit der Steuerung noch bei Dragon Ball. Und deswegen muss ich mal kurz überlegen, wie noch mal alles ging. Ich habe keine Glassen-Tunst mehr. Es ist einfach so hart. Ja, danke, viel Glück und so. Finde ich alles cool. Mission, auf geht's. Ja. Ja, das ist mir schon klar. Ich nehme wieder auch in acht. Wettkampf treten, ja. Auf, auf, auf. Wir müssen Unterstützung leisten. Gute Unterstützung. Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung. Wo müssen wir überhaupt hin? Da hinten, würde ich sagen. Huh, huh. Ich komme so einsam vor. Ah, da sind ja schon Freunde, die mich unterstützen. Das ist aber schön. Äh, das war. Zack. Die sind ja alle gar schon tot. Sag mal, habe ich jetzt überhaupt irgendeinen getroffen? Zack. Muhahaha. Animateur. Alles klar, weiter geht's. Weiter, weiter. Dem Kampf entgegen. Das ist es doch auch nicht, oder? Ich bin... Oder? Greif mich jetzt. Zack, 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 zack. Ah, okay. Fack mich doch, fack mich doch, fack mich doch. Alles klar. Zack, zack. Ja, stimmt. Ich habe übrigens hier aufgerüstet. Deshalb kann ich mich jetzt unendlich oft hin und her teleportieren. So, kommen wir jetzt endlich mal in die Gunst des Krieges. Ja, ist das das? Oder muss ich noch weiter? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Haben wir da nicht irgendwo sowas wie, ähm, Gentarsteuerung Gruppe? Irgendwas wie, 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 wie. Titelbild hier, nein. Auftrag, warum habe ich keinen Auftrag, Mann? Das ist echt seltsam, Leute. Ich bin total verwirrt, warum habe ich keinen Auftrag. Oh, da haben wir wieder ein paar Versprengte. Ha, ha, ha. Bam, 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 bam. Zack, da haben wir das auch mal wieder. Okay, weiter geht's. Ich muss, wie es aussieht, echt noch weiter da hinten raus, oder wie? So wie es ausschaut. Togo rett. Alter, was ist das? Äh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich hab, nein, ich hab irgendwie gar keine Lust gegen, was zu kämpfen. Ich glaub, das ist viel zu mächtig für mich irgendwie. So mächtig und ich bin so mächtig. An wie ein Feuer. Zu spät. Jetzt. Au, sag mal. Bist noch ganz weit raus, ich zerstöre. Ah. Herb, herb. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Und zack, zack. Ich bin zu schnell für dich. Das war jetzt aber nicht das Riesen-Vier, ne? Äh, nein, das war's nicht. Aber was das jetzt genau hier will von mir, das weiß ich natürlich auch nicht. Es rennt mir hinterher, weil ich kann nicht attackieren. Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, scheiße. Ah, leck mich am Sack. Ja, das war dann doch etwas stärker als gedacht, Leute. Ja, was soll ich dann hier? Schön, da liege ich. Tod auf dem Boden. Und nun? Hallo? Passiert es eigentlich auch irgendwas? Oder bleibe ich einfach da liegen? Ja, ich bin irgendwie jetzt leicht verwirrt, weil ich ja jetzt irgendwie nichts mehr tun kann, man. Hä? Oh. Jetzt liege ich irgendwie komischerweise hier rum, kann nicht mehr aufstehen. Auf was wartet der? Kommt nicht irgendwie so ein Bild oder so, von wegen zurück und erneut versuchen oder was auch immer. Da hinten müsste ich hin, da hinten müsste ich hin, ne? Und hier liege ich. Was nun? Das frage ich mich gerade. Was tun nun? Das ist es, ne? Ja, Leute, also wirklich, irgendwas muss doch hier gehen. Das ist es, das hat mir aber keiner erklärt, nur mal so nebenbei. Das ist es, ne? Das ist dann wieder ganz, ganz toll. Team Da haben wir alle reingekloppt Weiter Ace Schick lieber Verstärkung, Mensch Ansonsten haben wir ein kleines Problemchen hier, glaube ich Aber wieder schöne Animation Okay Was für eine Luftwaffe, Alter Leute Ist klar Das ist gut zu wissen Das ist echt gut So, Verstärkung aus der Akademie Du während Mission Verstärkung aus der Akademie in Anspruch nehmen möchtest, diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn du dieses Spiel zum ersten Mal spielst Das ist cool Denn indem du dich von Mitgliedern der Akademie im Kampf unterstützen lässt, lassen sich Verletzungen und K.O.s deine Eigenkatheten reduzieren So Und der Optionen Ach, keine Ahnung Ist mir gerade wurscht Ich mach die fertig Ich mach die fertig Du Scheiße Zack, zack Ach, Arschigdenk, du Bastard Hör, voll der Kampf hier Ist ja Ist ja wie im Griech Ist ja wie im Griech Ist ja wie im Griech Togorath Togorath wird uns wieder Ha 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 Ui ja So ist das doch schon viel cooler, man Wenn so ein bisschen freier alles ist Da, 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 da Oh Ihr Kleine Lütze neue order in für die festen und schaltet ihre tropen im inneren aus attacke kartensatz wow shit wow leck mich am am ärmelchen geht aber gut vorwärts hier die richtige schlacht im gang fast 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 warum sind die anderen eigentlich alle gar unverwundbar und ich nicht das darf doch nicht wahr sein jetzt bist du dran du kleiner penner zack so leicht kickt ihr mich nicht so leicht bekommt ihr mich nicht zack wow die da oben sind ja auch noch wo kommen die eigentlich alle gar auf einmal her das ist doch ob sie auch noch verschillender leuten hat man den ich erwischen muss sagt mal leute 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 soll ich nicht da oben kriegen gibt es eine treppe für hoch oder so vielleicht ein richtig großer vorteil man mal ansonsten kann ich ja das war eine granate das war nicht cool weil sonst kann ich ja wirklich echt kaum was gegen die unternehmen ach das gibt es doch nicht hat jemand zufällig phoenix oder so einen scheiß hat er gleich ja so haben wir jetzt kein reservmitglied nein er schulden der stirbt der gesagt ko geht die sterben ja nicht das ist ja jugendfrei die sterben nicht die gehen nur mit einem blutenden herzen außerhalb der brust eine espert und jetzt gerade ist er weg ich glaube ich habe mir gar keinen bock gehen eine espert zu kämpfen scheiße was geht ab was geht ab wow fucking shit äh leute wow 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 ja was ist dann wird er neutralisiert oder habe ich dann verloren wenn der andere vorbei ist das wissen wir noch nicht alter scheiße man ja 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 die kleinen pänner so diesmal kann ich aber eigentlich andere nehmen wie viel habe ich noch hab ich noch die paar das ist ja mal ganz ganz übel man ohne Witze das ist aber ganz ganz heftig hier die mission das ist gar nicht mal so leicht gut aha aha ach du mein lieber gott kann man irgendjemand sacken oder golem lass mich doch mal chillen jetzt mal ohne scheiß ach was hätte ich nie gedacht ach warum bin ich eigentlich allein wo sind alle meine Unterstützer Hilfe Leute jetzt kommt man da hinten hin oder so du Bastard ach ach da haben wir was ach schafft ich habe keine chance wenn du direkt angreifst dring dich das Nortor in die Festung ein ja ich Alter wo ist denn das jetzt sagt nicht das das Nortor ist da hinten man oh man wie viele Leute sind jetzt eigentlich schon K.O. gegangen so ist das Nortor ja Nortor klasse und ich bin allein ihr wollt mich doch alle verarschen wow fuck wo kommen denn die Leute her Leute Leute ah hör 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 ha na genau wo sind die Unterstützer Leute jetzt mal ohne Willse komm hm ah Alter! Ich brauche halt wirklich einfach so ein kleiner verschissener Alter! Jawohl, die nächste ist auch weg! Klasse! Nehmen wir den Boxer! Oh man, oh man, oh man! So, jetzt habe ich nur noch niedrige Level, aber der ist ganz schön flott unterwegs, oder die? Nein, das ist ein R Ah! Das ist ein kleiner Mur mit Ali, oder was? Toll, wie soll ich denn da drin? Wie sollen wir bitte da drin? Und am Schluss noch gegen Ding ähm Kämpfen gegen eine Esper, oder so, das wäre ja immer gar nicht cool Okay Aha, ein Relikt Warum ist die nicht kaputt? Kann man die nicht irgendwie wieder aufrüsten, oder so? Das wäre doch echt cool, man! So, jetzt muss ich nur mal den den ich gerade habe, hier irgendwie Ähm Ist auch nicht schlecht Und ein Kartana noch dazu Ja, ähm Ich muss jetzt irgendwie auf äh aufwerden Würde ich sagen Da ansonsten wir ein kleines Problemchen haben Sagen wir null, klasse! Wuuuuhu! Das ist aber schön, so Das ist mal wieder so richtig Scheiße, Leute! Das ist aber richtig, richtig kacke! Toll! Klasse! Ähm Ich will mich ja echt nicht beschweren, ne? Ich will mich ja echt nicht beschweren, ne? Aber wenn ja wenigstens dann jemand anderes dadurch wiederbelebt werden würde wie Ace oder so, wäre das ja echt eine coole Kacke, ne? Oh nein, Ace ist tot! Äh, Brustlos K.O. Jetzt müssen wir uns mit den kleinen niedrigen Pennern hier rumkämpfen Äh, jajajaja Aber ich würde sagen Das Ganze am besten erst der nächsten Folge Bis dahin kann ich mir nochmal meinen Schädel etwas zermartern Ob wir da einen anderen Weg finden Also Sag ich mal, wie jedes Mal Bis zum nächsten Mal Macht's gut und haut rein!